Hallo meine Lieben, und wir spielen heute wieder Ori and the Blind Forest. Ja, und wir sind hier, ähm, wir sind hier gestorben, ja. Nein, wir sind hier, um den Wald zu retten. Ach, du heiliges Bisschen. Oh mein Gott. Nein, das ist natürlich nicht eingesammelt. Oh mein Gott. Ah, so. Ah, gut, wir können speichern. Uri, dieser Felsen scheinen instabil genug zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht nutzen, um die Lava aufzuhalten. So, dann nutzen wir das Licht. Zack. Die Lava wurde aufgehalten. Ah, merci. Sieg. Das war's für heute. einen netten kleinen Fachstuhl. Geil. Kann ich vielleicht noch... Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Das finde ich nicht gut. So, normal speichern. Kann ich noch mal ein bisschen mehr leben. Oh, aha. 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 Das gefällt mir. Zack. Sehr geil. Sehr geil. Wir haben ja nicht schon irgendwie genug von diesen Energiezellen. Ich... Aaaaaaah! So! Zack! Und jetzt sind wir raus! Raus aus dem Haus! Und wir sind verbrannt! In den düsteren Flammen! Nein Spaß also! Oh mein Gott! Okay... Okay... Ähm... Geil! Klar, wieso nicht? Okay... So... So und alle jetzt nocheinander zerstören oder was? Meine Güte, ist das schwer, ey! Okay... So... Ach du... Schöööööööööne... Einen? Ok. Ah. Suck. Ah, nochmal. Oder? So, nochmal kurz speichern. So. Ähm, ja. Jut. Oh, meine Güte. Na ja. So. Mal wieder verschwindet die Lava. So, wo sind wir jetzt hier? Da oben? Haben wir eigentlich noch so ein Karten-Farmament? Irgendwie sowas? In der Art? Hm. Keiner. Keiner weiß es. Wo sind wir jetzt hin? Ich muss... Nee, da war ich schon. Da irgendwo links hin, würde ich mal sagen. Ja, da oben wieder. Ja, da bin. Und dann. Ja, da bin. Ja, da bin. Ja, da bin. Ja, da bin. Ich weiß nicht. Ja. Ja, da bin. Irgendwo hier ist dieses Kartenstück. Ach du heiliges Bisschen. Ach du meine Güte. Ach so, okay, jetzt check ich es. An sich ist das ein ganz einfaches Prinzip. So, ah. Ach. 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 Hm. Okay. Ach Mensch, du sollst doch nicht springen. Springen macht man nicht. So. Hm. Hm. Hm, aber da sind wir jetzt wieder beim selben. Boah. Hm. Hm. Ach so, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich sterbe mal kurz. Hm. Fast. Ach, du meine Güte. Hm. Hm. Die Frage ist, ich müsste jetzt, meine ich, da hinten lang. Können wir das schaffen? Hm. 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 Es geht eigentlich sogar gar nicht. Dazwischen kann man aber... Okay. Okay. So, nochmal. Mal. So. Oh. 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 Ich habe eine Sache machen muss. Ich habe eine Sache machen muss. Die man nicht kann, ey. Hm. Hm. Wäre natürlich cool, wenn man woanders noch lang könnte. Aber da ist eins, da ist eins. Ja. Hm. Da oben kommen die hin. Wofür ist das, frage ich mich jetzt auch nochmal. Da oben kommen. Nein. Ja. Ja. Mit. Das war wirklich, wenn man es hat. T البعض ist erwähnt. Ch hats um. Da oben kommen. P farmers. An protez. Ja. Danke. So. So. Oh, meine Güte, ey. Ah ja, ging ja. Ah, nicht sterben. So, erstmal speichern. Danke. Meine Güte. Hm. Ja, okay. Zack. So, und jetzt rüber, oder was? Ach, du heilige Scheiße. So, ähm... So. Ach, meine Güte. Ach so, okay. So. Okay. Okay. So. So. Okay. Ah, natürlich kommt man da nicht lang. Ach. So. So. So, bitte, 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 trifft mich nicht. Ja. Ach, danke. So. So, wir müssen jetzt wohin? Einen runter, ne? Ja. Ach. Ach du heiliges. So, speichern. Oh, my God. Oh, my God. Oh, four cheese criterion. Oh, okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh. Oh, my God. Oh. Oh, my God. Naaah. Naja, aber an sich geht's eigentlich. Naja, aber an sich geht's. Oh mein Gott. So. Speichern, so, danke. Ach, so, Stein lösen. Sehr schön. Genau so wollen wir das. So. 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 Oh mein Gott. Ach. Na gut, den nächsten Versuch wagen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, Arrivederci. Tschüss.